Seit Russland seine Truppen in der Nähe der Grenze zur Ukraine stationiert hat, erhält Kiew nicht nur militärische Ausrüstung aus den USA. Ich verfolge diesen Konflikt seit 2014, als Russland die Krim illegal annektiert hat. Ich habe beobachtet, wie es sich immer mehr in die Angelegenheiten anderer Länder einmischt und seine Finger dort hineinsteckt, wo sie nicht hingehören. Seitdem wird es immer schlimmer. Als ich mitbekommen habe, dass es wieder losgeht, dachte ich mir, ich komme hierher und helfe den Menschen in der Ukraine. Während US-Präsident Joe Biden die Entsendung von fast 3000 Soldaten nach Osteuropa angekündigt hat, ist Justin D. nicht in offizieller Funktion hier. Er ist freiwillig tausende Kilometer von seinem Wohnort in New York angereist. Heute steht die Ukraine an vorderster Front im Kampf für die Demokratie, im Kampf für die westliche Ideologie. Wenn es Russland gelingt, die Ukraine zu unterwerfen, wird es nicht aufhören, sondern weitermachen, bis es alle führenden Politiker der Welt manipuliert und zu seinen Hampelmännern gemacht hat. Das will ich verhindern. Justin D. hat sich der Georgischen Nationallegion angeschlossen, einer Einheit ausländischer Kämpfer, die seit 2014 in der Ukraine präsent ist und die seit dem Wiederauflammen des Konflikts neue Anwärter angezogen hat. Vor einer Woche haben wir einen neuen Prozess der Rekrutierung von Ausländern begonnen. Es haben sich viele Leute beworben. Der Spitzenreiter ist wieder Georgien. Wir haben mehr als 300 Bewerber aus Georgien. An zweiter Stelle stehen die USA, gefolgt von Großbritannien, Australien, Italien und Deutschland. Das sind die wichtigsten Länder, die sich um eine Mitarbeit in der Georgischen Legion bemühen. Das ukrainische Verteidigungsministerium äußert sich nicht offiziell zur Zahl der Ausländer, die derzeit in den Streitkräften des Landes dienen. Inoffiziell sagen die Soldaten, dass es im Trend liegt. Trotzdem sind viele froh, dass einige den Schritt wagen, sich den Kämpfern in der Ukraine anzuschließen. Auch Justin D. erwartet, dass andere seinem Beispiel folgen werden. Ich hoffe, dass meine Anwesenheit hier eine Botschaft sendet, dass die Welt nicht tatenlos zusehen wird, dass die BürgerInnen jedes einzelnen Landes für das Richtige eintreten werden, auch wenn ihre Regierung es nicht tut. Ich hoffe, dass meine Anwesenheit hier eine Botschaft ist.